Regionalliga-übergreifend sind nur noch drei Teams diese Saison ungeschlagen. Die zweite Mannschaft ist HSV, Energie Cottbus und, richtig, Eintracht-Norderstedt. Und damit herzlich willkommen aus dem Edmund-Planbeck-Stadion zum Spiel gegen die Reserve von Eintracht-Braunschweig. Und für ihn ist es eine ganz besondere Partie. Felix Drinkhut spielte zwei Jahre für Eintracht-Braunschweig und wird heute umso mehr gegen die alten Kollegen zeigen wollen, was er drauf hat. Braunschweig zuletzt mit einem 3-0-Erfolg bei Altona 93. Die Elf von Henning Bürger in den gelben Trikots gleich zu Beginn hellwach. Adetula probiert's, Huxol noch nicht ganz auf der Höhe. Dann auch mal die Gastgeber. Norderstedt erwischt einen guten Steint. Meier mit ganz viel Gefühl und hier fehlen nur Zentimeter. Der Pfosten verhindert die frühe Führung. Und Meier ist richtig gut drauf. Die nächste Szene. Linus Meier zündet den Turbo. Auch drei Mann können ihn nicht stoppen. Klasse 30 Meter Solo. Auf dem Flügel ist ganz viel Platz. Das sieht auch Drinkhut. Drinkhut, der wird doch nicht. Doch, der wird. 1-0 für Eintracht-Norderstedt. Der Ex-Braunschweiger macht's. Ein Konter wie aus dem Bilderbuch. Linus Meier mit grandioser Vorarbeit und Drinkhut. Der 22-Jährige macht sein viertes Saisontor und beendet seine Flaute von vier Spielen ohne Torerfolg. Weiterhin sind sehr dominante Norderstedter am Drücker, schnüren die Löwen in ihrer eigenen Hälfte ein. Bojak Jahn aus 30 Metern mutig, der Abpraller für Kummerfeld. Da wäre mehr drin gewesen. Kummerfelds Abschluss zu überhastet. So bleibt es beim 1-0. Die erste Hälfte fasst vorbei. Noch einmal versuchen sich die Gäste. Rose verliert Lukovic im Rücken. Der Pole beweist Übersicht. Und Huxol überragend rettet das 1-0 in die Kabine. Rose hat sich bei seinem herzhaften Einsatz verletzt. Wird zur zweiten Halbzeit durch Lindener ersetzt. Die nächsten 45 Minuten und das Bild bleibt sich treu. Linus Meier reist Kilometer auf den Flügeln runter. Wieder kommt keiner hinterher. Adetula rettet vor Veselinovic. Eine ganz starke Partie von Linus Meier, der es im Alleingang mit Halbbraunschweig aufnimmt. Aber Adetula kann nicht nur verteidigen. Müscht sich immer wieder ins Offensivspiel ein. Der deutschen Nigerianer mit der Möglichkeit Huxol, aber reaktionsschnell auf den Posten. Langsam bekommt der BTSV Oberwasser. Dann diese Szene. Julius Biada im Duell gegen Boyagian. Der bleibt liegen. Hat da einen Pressschlag einstecken müssen. Boyagian verletzter Nummer 2 bei Norderstedt. Ohne Boyagian in der Innenverteidigung verliert Norderstedt zunehmend mehr Zweikämpfe. Läuften nur noch hinterher. Die Löwen wittern ihre Chance. Biada! Und wenn es mit feinem Spiel nicht klappt, dann halt mit einem weiten Ball. Lindener noch nicht im Spiel angekommen und mit einem riesen Aussetzer. Lukowicz sagt artig Dankeschön und schiebt ein zum 1 zu 1. Der Treffer hat sich angekündigt und er ist verdient. Die Löwen haben sich zurück ins Spiel gekämpft. Mike Lukowicz mit vier Einsätzen für Polens Junioren-Nationalmannschaft. Ein Versprechen für die Zukunft Braunschweigs. Und weiter bestimmen die Gäste das Spiel. Adetula macht ordentlich Betrieb auf den Außen. Vielleicht ist hier noch mehr drin. Wieder rettet Huxol in hochster Not. Kurz vor Schluss dann verletzter Nummer 3. Linus Meier muss runter. Dirk Heines Sorgen falten, werden größer. Doch Eintracht Norderstedt bringt den Punkt über die 90 Minuten, bleibt damit weiter ungeschlagen. Freude will darüber aber nicht wirklich aufkommen. Trotz der Punkteteilung eine gefühlte Niederlage für die Nordenstädte.